Die Sparte Taekwondo der Kaltenkirchener Turnerschaft hat erfolgreich an den zweiten deutschen Meisterschaften der Kampfkunstschule Moschinen teilgenommen. Besonders glücklich zeigten sich die Schüler Charlotte Möller, sieben Jahre, und Yannick Busch, 19 Jahre, die sich auf dem Turnier einen zweiten und dritten Platz sicherten. Trotz dieses Turniererfolgs ist die Sparte nicht wettkampforientiert. Es wird Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft und Mut vermittelt. Über Zuwachs in der Sparte würden sich die Sportler sehr freuen.